die punkte looten war das jetzt natürlich echt für den arsch eigentlich im kreis bei dir war doch noch niemand bei dir hast du auf da eigentlich noch nichts gelootet, ich hab nur das hier bis hier oben jetzt, ich bin jetzt gerade aus der bei dir angekommen ja wir sind im kreis ich hab bisher auch nur eine OZ und eine AK ich hab eine OZ und eine Schrotflinte ne Entschuldigung, eine OMP und eine Schrotflinte ne, siehst du dann leider nicht halt auf den Maul braucht jemand zufällig noch ein Visier? 2er Wester ja ich hab noch 2er abzugeben alles, ich hab eine SKS und eine 416, aber ein einzelnes Scope an Runden 2er Wester hast du dann nicht? ne, hab ich noch nicht hier unten in dem großen Backstechners 2er 3er 2er 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 3er 2er 3er 3er 2er 3er 4er Ich hab ja haufenweise AKs. Ne, ich find auch nur AK. Keine 416, keine M16 und keine Mini nichts. Keine einzige 416 ist jetzt die einzige von Waffen. Ich erinnere aber. Also, ich bringe den Kupf. Ich bringe den Kupf. Hier bei uns. Die Kupf, die Kupf eben. Ich nehme an, die Kupf eben ab. Dannelleheben wir doch wieder auf Hütenbren. Das war's. um kann ich angehen dass er nicht mehr auf sein scheiß rot die also ich kann dir um an die jahre und die können sich geben alles ein rot Was ist das? Der Buggy, eher gesagt. Hast du irgendwelche Infos zu der Leuchtpistole? Ob sie das jetzt in Höllen mal einführen wollen? Leuchtpistole? Ich könnte immer einen größeren Rucksack gebrauchen. Hoffentlich 2er. K.A.L. Nimmst du die mit oder? K.A.L. mit und lass dann die m16 hier liegen. Mach mal bitte Maike, dann hab ich noch die m16. Setzt. Ja, klar. hast du da mal 30 schuss da oben unten und zwei bei dir wüssten so Der Torum der mitten auf der Straße steht, da liegt auch noch ein Zweier drauf. Das hört sich ja wunderbar aus. Ein Zweier hätte schon was. Das ist mit uns. Ach, ich muss ja noch ins Backsteingebäude. Oben, unten. Also ich könnte jetzt auch noch mal sehen. Ein Zweier abgeben. Würde ich nehmen. Ich habe auch immer noch zwei Zweier-Scopes. Ja, eins nehme ich auf jeden Fall. Hier liegt eine Mini bei mir. Ein Zweier würde ich auf jeden Fall nehmen. HGS-Greis mit. Kilo ist im Arten. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich mein Sieg auch eine UMP nehmen oder für eine Mikro-Uzi hinten trennen. Oh, hat man das Mikro-Uzi-Ding gehabt? Schade mal, hast du genügend Munition? Ja, okay. Reziko-Nitterland? Hi. Ich sag oben mal schnell Hallo. Hier wäre noch eine SKL. Hier wäre noch eine SKL. Und hier ist noch ein Zweier-Scop und ein Uzi-Schaft. Ja, Uzi-Schaft hat das gerade leidigt. Na, da ist auch der Event. Nein, das ist erst morgen. Da steht doch vierter, äh, fünfter vierter drin. Ja, aber nicht amerikaner. Ach so, fünfter vierter, so. Ja, war das jetzt interessant, oh. Schatty und drei Rüstungen. Was ist denn da hinten? Ja, war das geil? Ach so, ihr seid auch fünfter zu rein. In der, ähm, in der Tanker dran oder? In der Tanker dran oder? Ja, aber du, er hat doch noch eine. Ja, hier. Macht der sich jetzt hier. 4-16, wenn der Interesse hat. Ich hätte jetzt Zeit lang für eine Runde hübsen. Ich bin gleich raus, weil ich gleich nochmal... UMP ist hier auf meiner Pose? Ja, ich hab jetzt jemanden so gut. Ich hab noch jemanden erweitertes AR. Ach ne, ich brauch's selber da. Ich hab' 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 da noch eins. Bayer Helm und alles hat jeder. Bayer. Bayer West würde ich halt noch nehmen. Also 3er. Was war jetzt mit 3er? Ich hab' da noch nehmen. Doch so. Hier liegt auch noch ein Zweierskopf. Ich schmeiß' die jetzt mal meine hier alle mit dazu, weil die mir doch ein bisschen auf den Senkel gehen müssen. Kompensator AR möchten also helfen. Er erweitertes SR Wangenauflager. Oder auch Wangenauflager. Wangenauflager auch. Alter. Ruf schon wieder an. Ja. Ja gar nicht so weit. Er droht nicht. Guck mal. Ich kenn' sie anliegen. Ja. Nee, ich hab' ne SKS. Und Gott nicht viel. Ja, ist nicht. Keine Ahnung. Ist mir egal. Sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Und das sollte uns mal nachher langsam bewegen. Ich werde noch das Magazin über. Ja. 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 solcheome Houston. Hier. Richtung 40 Grad. Bei Sannys Häusern ist grad ein Auto rangefahren. Hier auf Orange. Soll ich ein Auto mitbringen? Ich würde nicht fragen, wo wir hinwollen. Heißrad bleiben oder die Welt ist ja noch orange. Ja, das ist vielleicht auch noch nicht gefahren. Ach so. Noch zwei Fahrten ist vor der Tür. Ach so, da kommt er an. Und die Bosse. Ja, proben. Ja, aber wo wollen wir hin? Wollen wir noch links vielleicht gucken? Ja. Wenn es mit dir links geht, wird es ja? Ja dann. Was fällt von der Hütte? Ja dann vielleicht bin ich가�vertraue. Phu. Phu. Ich hab hier, ich hab mich voll. Jetzt kann ich nur noch ein bisschen inspeccieren Ach da, da habe ich Das war... Scheiße... Ich habe die Lage... Hier liegt ein SKS. Das habe ich. Ich bin in die Berge rein. Terry, hattest du nicht noch ein AR-Magazin über? Ne. Ich habe aber... Nach Kompensator... AR. Zwei Stück. Ich muss aber bewusst, dass wir bis zur Straße dann vormüssen. Ich weiß aber schon. Wir kommen doch hier, kommen wir durch. Ja... Aber der Film ist immer wieder runter. Ja... 2... Ja... Das ist ja möglich. Und gesehen zu werden und dabei Schaden zu kriegen. Ist jetzt eine andere Frage. Blutkister vor mir. Beziehungsweise zwei gehen links vor mir runter. Oh! Hier steht einer! Hier steht einer! Hier steht einer! Haha! Den haben wir ausgelockt. Ey, wo müssen seine Buddys sein? Ja! Wenn du ein Magazin hast, bringst du das mit? Ja! Ja! Wissen Sie, ich renne zu lange hier dahinten und schießen und die Lootkästen noch interessant sind, renne ich rüber jetzt. Ich werde eine Mini, ich nehme. Das kommt! Mit! Mit! Die Lootkästen zu tun. Aus! Aus! War noch jemand in Falli? Die Lootgier, weißt du? Ja... Nein, es kommt und, noch am Loot. Weg lauft doch schon. Jetzt habe ich aber nicht gesehen. Das fallen da gleich die Klippen runter. Und ist halt ausgenommen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Energie mitnehmen, aber die sieht ein Stück hat Terry gerade eingesteckt. Was? Oh, kann ich dir geben. Auf die habe ich gar nicht getrückt gehabt. Das wird jetzt ein lustiger Trepp. Wer schießt denn? Ich bin nicht. Ich schieße es überall. Jetzt auch durch. Was hast du für Waffen? Direkt vor uns 130, Dixi. Da flippt so ein... Die bei mir, da sind gerade zweimal losgerannt, jetzt rennen die nächsten zwei los. Sani, bleib mal stehen, bleib mal stehen, Sani. Siehst du den Schieb? Die sehe ich jetzt, ja. Ich mache den Schieber aus in so Richtung wie ich zu gelaufen bin. Danke. Da müssen wir jetzt aber auch hin. Und hier oben auf dem Berg. Links vom Berg. Ich mache auf jeden Fall einer mit dem Gili dabei. Ja, aber irgendwann hast du auch gerade zerlegt. Die wurden empfangen. Kacke. Follen wir außen rum oder oben rum? Ist egal, wo lang sie sind. Ist eine ganz beschissene Ausgangspose hier. Ohohohoho. Vor uns vier Mann. Oder? Direkt vor uns. Ja. Aber noch nicht im Kreis. Nicht schießen, nicht schießen lassen. ich würde gucken in den anderen Stücken wir herankommen nein, der läuft jetzt dran an ich hätte es natürlich gleich gezeigt habt ihr Rauch? habt ihr Rauch? wo ist denn du? bleib stehen oh Gott der Kreis zieht zu, ich war schon am heilen aber jetzt rückt zu sehr, fuck ich dachte gerade der Hund fällt runter einer nach oben direkt am Kamm was ganz böses die haben den dürfen wir schicken einen konnte ich ausgenocken ist der denn noch? weiß ich nicht ja, einen habe ich ausgenockt da sind noch mindestens drei andere Granate weiß ich nicht waren zu viele ja, einen habe ich noch gekriegt die hatten halt die bessere Pose die konnten sich immer unter dem Stein wiederbeleben drei Mann oder so wurden von denen ausgenockt ein Quad der mit dem Gili da muss Ultralum gewesen sein hä?